Servus und du und Hachu, willkommen zum neuen Video, heute spielen wir mal Agario und wir gehen jetzt hier einfach mal ein, wir nennen uns einfach mal Nightcore und beginnen auch gleich hier mal Play Agro ist, also Spieler als Gast nennen sich das Ganze und wir beginnen hier jetzt auch mal so, das scheint ja mal gut zu laufen anfangs, natürlich leckt dieses Spiel mega und das cool ist ja mein PC, jo, ich dachte so, Arbeitsspeicher kannst du da weitern lassen, es ist so kiki und so einfach und dann höre ich von einem PC-Techniker, jo, den Arbeitsspeicher habe ich nicht mehr parat und so und ich dann so, oh shit, jo, jetzt sagt, konnte ich keinen Arbeitsspeicher mehr weinen lassen, aber das macht ja nix, mir, jo, sind ja so Profis, oh man, das war doch, heißt deine Klurak von Pokémon? Das ist glaube ich, war das Klurak? Das ist doch der komische Drache da, der, wovor ihr spucken kann. Schreibt's auch mal an, die kommt da, wie der da heißt. So, wow, da kann ich mega viel grad einsammeln, jetzt bin ich so gut, wow, eben mehr, wenn ich denke, ich bin so mega gut, kommen natürlich immer die anderen und die wollen mich aufressen und der eine, wo ich da ihm gesehnt habe, der ist jedes Mal dabei. I help do hat er sich genannt, der kann mir schön wegbleiben, da braucht man nicht helfen, ich krieg das schon alleine hierhin. Bargario. So, jetzt bin ich hier gerade unterwegs und sammeln hier gerade ein paar Dinge ein, so. Ja, 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 die habe ich eben auch noch bekommen. Ich dachte, er ist da kommt eben einer, aber das war doch nicht so, wow, da kommt jeder der fette Klurak, der hinten. So, bleib weg, bleib weg, nein, 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 nein. Wow, 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 chill, 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 chill. Wow, das war mega knapp, der wollte mich wieder fressen, ich weiß ganz genau. Und, nein, 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 nein. So, jetzt fragen sich auch viele, ey, warum bin ich wieder so komisch vom Design und so und warum verknüpft du das nicht mehr mit Google und blablabla kommen da jetzt wieder? Ja, das hat seinen Grund, weil wenn ich das wieder verknüpfen würde, das Ganze, dann würde das Spiel wieder hängen. Also, es hängt nicht immer, es hängt ab und zu und dann habe ich wieder Probleme und dann geht es mal, dann geht es mal wieder nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ey, scheiß doch drauf auf dieses blöde Design. Ich lasse es einfach so und der von Level 50 soll mir wegbleiben, denn wenn ich das Ganze wieder mit Google verknüpft bin, ich Level, keine Ahnung, 30, Level 35. Das hat auch richtig Spaß gemacht vom Design her, aber ich spiele doch lieber als Gast, weil dann hängt das Spiel am Anfang nicht so weit. Weil, mit dem Hängen meine ich ganz einfach, wenn du dich einloggst, da freust du dich, wow, Level 35 bist du gleich. Ja, und dann hängt dieses Spiel, dann bist du auch nur Gast. Und dann kann ich auch gleich als Gast auch mich einloggen, kann als Gast auch hier spielen. Deswegen zocke ich nur noch Agario als Gast. So, jetzt sammle ich noch ein paar Dinge hier ein. Ich möchte eigentlich mal jemanden einfangen, aber geht das überhaupt? Ja, die könnte ich einfangen, oder? Ja, nein, den fang ich doch lieber nicht ein, nein, 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 oh, komm, du blödes Seeklin, den geh weg. Wow, jetzt habe ich hier richtig viel zum Einsammeln und gleich kommt ein größerer, das habe ich ganz genau gewusst, Schumbo kommt und dann kommt der Team Tom, nennt er sich. Aber bevor Team Tom oder wie der sich nicht kommt, dann habe ich schon sehr viele eingesammelt und dann bin ich natürlich ein bisschen größer. So, 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 hopp, 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 hopp. Jo, dann nennen viele immer Eat Me, dass man sie füttern soll und so, das habe ich auch schon gemacht und dann wurde ich gefressen anstatt gefüttert. Also das hilft überhaupt nicht und dann geht ihr gleich, vielleicht sogar beim ersten Spiel kaputt. Und der eine heißt schon Eat Me Und den fange ich mir jetzt auch gleich mal ein Ja Ich habe meinen gefangen Yes Das war richtig gut eben Und jetzt muss ich hier noch ein bisschen Größer werden Denn ich mag ja eine Bestenliste landen Den habe ich auch einen gefressen Das ist richtig gut Wenn denen ihre Server hängen Das müsste immer so sein Anstatt meine Server immer hängen Weil normalerweise sie ja gerade umgekehrt hängt Immer mein Server Und die anderen können mich auch retten Aber jetzt war es gerade umgekehrt Wow Sag ich ja nur Und Das wird vielleicht sein Weil ich Nightcore heiße Ich weiß nicht genau Ob es daran liegt Dass ich Nightcore mich genannt habe In dem Game Oder dass ich vielleicht heute ein bisschen besser bin Als sonst Ich habe keinen Plan Jo Und dieser SRB Oder wie der hieß Der soll ruhig wegbleiben Den brauche ich überhaupt hier in dem Game Überhaupt nicht So Jetzt hole ich mir auch gleich noch einen Yes Den haben wir uns auch eben geholt So Jetzt kommt es noch auf die Frage drauf an Kriege ich denn noch ein paar Wo ich einsammeln könnte Jo Die Frage Die stellen ich mir immer wieder Und Ja Ich hole mir jetzt auch gleich noch einen Das glaubt ihr aber sowas von Weil Ich habe mir vorgenommen Ich möchte in der besten Liste landen Und da komme ich heute auch noch hin So Ja 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 Bleib weg Bleib weg Bleib weg Nein 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 Wow Das war mega knapp Mega knapp Nee Verbinde dich Yes Jetzt bin ich ein bisschen größer geworden Aber nicht viel Das hat nicht gerade so Besonderlich viel ausgemacht Fällt mir gerade auf Yes Nein Nein Ich wollte ihn auffressen Nichts nicht hin Fail 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 Das war der größte Fehl eben Wo ich gemacht habe Ich habe mich getrennt Und Für was habe ich mich denn eben getrennt Oh manu 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 Du bist schon wieder größer Das zählt nicht Das zählt doch nicht Oh manu 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 Wovovovovovovovovovov Nein 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 verbindet euch nicht verbindet euch nicht Nein Wow Okay ich bin kaputt gegangen Ich beende jetzt das Video Ciao Peace Und out Leute